Die zu veräußernde gut gepflegte 3-Zimmer-Hochpartei-Wohnung befindet sich in Schwerin. Die Immobilie wurde 1936 erbaut und wird über eine Zentralheizung beheizt. Die Wohnfläche der Hochpartei-Wohnung liegt bei ca. 75 m². Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 140.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung.